das ist nico und herzlich willkommen zu einem erneuten vlog aus dem schönen germanius und ja morgen ist mein erster tag bei enterprise und was ich euch kurz zeigen wollte ich bin nämlich gerade mein anzug am raussuchen was ich morgen anziehe und so damit ich ein bisschen professionell wirke bekommen eine persönliche widmung auch sehr korrekt der tag ist beendet digga ich bin am arsch so muss das laufen das kino geht erstmal das vorher einpacken ja wir sind ja auf der autobahn freunde deswegen alles im legalen bereich ich denke dass du alles leise gegen mich schnell ich höre mein mannig kennt gar nichts ja 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 denn du und ist du ja du 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 Dank dir. Also ich hab einfach gratis Käsesauce auf den Nacken von UCI mit dabei. Was hast du dir geholt? Popcorn, aber mittel, wild. Das hast du gar nicht geholt. Achso. Zeig einfach Hentes-Tüche. Wie fandst du denn die? Scheiße. Wie fandst du's? Ich krieg nur Geld von dir. Ach, Digger, verbiest du. Wie fand ich die? Wie fand ich die? Wie fand ich die? Wie fand ich die? Guck mal, verbiest dich, Digger. Ich schlag die. Niko warst du noch einmal bei Passengers? Jennifer Lawrence, da war die im Kino. Digger, im Pool. Da meint sie so. Bruder, ich würd den ganzen Pool voll Jackson. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber kann gut von mir gekommen sein, ja. Amigos, ich hab mich rausgeputzt. Digger, ich bin wirklich anders hyped gerade. Let's go! Der Boy ist im Anzug und geht jetzt gleich in die Filiale. Dann werd ich euch später erzählen, wie's war. Erstmal Sitzplatz vom Boss eingenommen, perfekt. Moin Meister! Warte, warte, wie mach ich so? Gleich wügeln, du weißt wahrscheinlich. We made it! Freunde, ich hab mir heute auch noch mal einen kurzen Eiweißshake geholt. Einfach nach dem Sport. Ganz, ganz wichtig. Das kann auch episch aussehen. Hey, soll ich noch näher rankommen, oder? Na, warte, so ist ganz gut, ja. Okay. Nein, hier ist das Handy, da! Links! The Lost, wirklich! Scheiße. Und du hast gestern Geburtstag, oder? Ich hatte gestern Geburtstag, am 6. Und du hast einfach nicht gratuliert, Digger. Und du fragst Schritte! Hey! Was ist los? Was? Bleib! Abonniere! Ich will das Anybody Cald, oder? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Also, Alkoholvergiftung ist nicht mehr zu spaßen. Ganz gut, ja. Okay. Alkoholvergiftung ist nicht mehr zu spaßen. Dach auf, dass man ein Schwimmchen will. Kann nicht. Ich bin der ersten Krankenwagen, wo es sehr hergekommen ist. Ich bin am Arsch. Boah, das war knapp. Hab ich eigentlich noch der erste Alkohol? Ne, eigentlich nicht, oder? Äh, Prostis. Ey, wir wollten doch jetzt gehen oder nicht, Digger? Ah, perfekt. Danke euch, Digger. Geh ich halt alleine als die Kerren. Im Pool. Scheiß! Der scheiß... Der scheiß Kächers. So Freunde, it's your local Poolboy. Haha, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Mein, wenn hier ne heiße Nachbarin ist, so ne... Dann sag ich so... Dann sag ich nix. Dann geh ich einfach rüber. Haha! Nein, doch. Sprachnachricht von dem, mit der ich mich heute Abend treffen soll. Das sieht nicht gut aus, Digger. Aber mit der Größe kann sich schnell so gut ausgehen. Digga, solche schlechten Wingmans, die müssen einfach nur einmal die Kamera halten, damit ich was lustiges fürs Video mache. Geh die doch dahin. Ja, wahrscheinlich nicht. Da will ich drei Menschen noch nicht rüber, Bruder. Auf, 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 auf. Spaß, Digger. Ey, Digger, wo geht's so'n Pool? Da! Ey, yo, wo geht's so'n Pool, Digger? Wo geht's denn hier zum Pool? Da, Digger! Reingeschissen. Wie ist das Gefühl? Erfrichtung? Ja. Achso, weil ich noch mal durch deinen Garten gekotzt habe. Geizt man nicht eigentlich immer so mit dem Cover und so? Wie kommt's jetzt? Dass ihr einfach so'n zweiten Einkommen habt? Ich bin reich. Lotto gewonnen. Ihr seid reich. Was hübsen mit jetzt? Hi. Einfach ein bisschen nass, war's denn Pool? Höhe erhöhe, bist du bereit? Erklärung verstanden? Ja. Digger, ich bin überall nass geworden. Das letzte fehlende Gret ist auch eingetroffen. Also, Freunde, es ist Samstag. Sick. A week later. Wir sind immer noch sick. Aber mein ASOS Package ist eigentlich angekommen. Ich habe auch diesmal beim Shoppen darauf geachtet, dass ich mir nur die Sachen hole, die mir auch noch mal gut gefallen. Deswegen habe ich jetzt hier so zwei, drei Sachen, bei denen ich schon vorhin dann sagen kann, Digger, die nehme ich safe. Achso. Der erzählt ja immer was von Sportler und so. Der kleine Mann. Aber hier, erstmal vor dem Training. Ein Bierzapfen. Ein Bierzischen, Digger. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dazu seine Verteiligung zu sagen hat. Ich sehe, vor dem Training hier so mal reinziehen. Wie geht denn das? Was denn? Das hier? Ja. Ja. Das ist mein Wochenende. Ey, pack jetzt mal die Kamera weg. Ich muss nachdenken. Ist der jetzt noch mehr? Weißt du jetzt noch mehr was für das Training? Doch, eigentlich schon. Ja, Probetraining. Hä? Hä? Boah, Digger, das ist aber sehr weit offen hier. Ich hab so Bock! Oh, einer hat noch Business am Regeln, Digger. Guck mal, wie beohrt ist der. Der ist so dumm, wirklich. Der ist so ein dummer Spasti, Alter. Ja? Wo ich bin, Digger? Bist du da? Ich bin in Bernrad, ja? Wo bist du? Ah, Digger, warte, ich seh dich, ich lege auf. Ah, okay, alles klar, jo, bis gleich. Ciao, ciao, ciao. Moin Meister. Äh, was? Chris, Digger, wie geht's, wie steht's? Ja, Bruder. Perfekt, danke dir. Danke. Was geht? Hättest du mich nicht abholen können? Ähm. Langsam, ah. Brautkleid und Braut bleibt Blaukraut. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Äh, Brautkleid bleibt Brautkleid bleibt Brautkleid. Ja, komm. Ja, ist perfekt. Brautkleid bleibt Brau... Ja, die Kürze eingeschissen! Wie geht's denn, Digger? Voll gut, Digger. Ja, komm, weißt du? Was geht, was geht? Kannst du? Ja. Let's go. Trinken. Ja. Bist bereit? Ja. Ne, ne, äh, du sollst das Würstchen nehmen. Ich möchte ja gar kein Würstchen. Wie, du was? Ich möchte noch gar kein Würstchen. Ach, Würstchen nicht, ne? Ne, jetzt grad nicht. Ach, du bist Vegetarier? Ja. Ach so. Ich bin kein Würstchen. Ich bin kein Würstchen. Ich bin kein Würstchen. Niko, eigentlich müsstest du jetzt später filmen, wie der so richtig so Hacke im Klub ist. Was? Also, Alkoholvergiftung ist nicht mit zu spaßen. Was? Was? Entspannend. Entschendet der Tornado! Entspannend. Freunde, ich dachte, mein Sprit wäre leer, aber der ist wirklich so fast... Einfach nur noch. Perfekt. Alter, du hast so krass gepackt, Digga! Krass! Okay, Amigos. Piccolo, round number two. Maik ist wieder unser Game... Ja, sorry. Unser Game... Wie heißt das? Unser Game Man? Game Master. Game Master. Game Master. The Game Master. Was kommt, Digga? Cake Time! Oh nein, nee! Hallo, können wir die Tür zumacken? Oh nein! Außen, alles. Warte, warte, Luca, kennst du den? Ja, immer so... Ach so! Oh, da war ja noch Gelder! Ach so, da war Gelder! Hab ich ja gar nicht gesehen. Immer, wenn man von der Oma aufmacht, immer so 500 oder so Pfeiler rausschicken. Und so, ah, Dankeschön! Gesund und sauer, dann wird die Welt ein bisschen brauner. Tu nicht! Niko ist ein kleiner! Du Bastard! Hm, Niko ist ein kleiner, aber... Niko ist ein kleiner, aber... Großer... Warum? Wie holt ihr das? Sie hat das wiederholen! Kleiner, aber großer Bastard! Mit... Mit... Ja! Kleinsten... Schwanz... Der... Bisher... Kleinsten... Hä? Dudenburst! Auf Niko! Nein, lass es drauf! Lass es nicht! Auf Niko! Du wirst Kira heute! Dein Bruschel ist... Nea, Katze, mal einen anderen Film! Scheiß Block! Nea, aber hast du dich auch neben mich gesetzt! Ja! Du musst von deinem rechten Nachbarn den Nachnamen buchstabieren! Z-I... Z-E... I... Ja! Pssch! Jetzt hör doch mal aus! Das ist eigentlich unangenehm für andere Leute, wenn man die Kamera so nah hält. Eigentlich Null, oder? Ja! Ich mach die besten Mission! Ui! Wer trennt man eigentlich eingeladen? Bist du... Du weißt, dass du schaffst! Du weißt, dass du schaffst! Du weißt, dass du schaffst! Ja... Bitteschön! Uh! Ah, danke! Wo hast du die denn geholt? Da kommt die Dilara aus der raus! William! So, trink! Auf X! Jetzt! Sei einmal ein Mann! Abtrag! Sein Mann! Hört mir auf Instagram! X! Niko X! Tens! Schon mal nicht aus Klo gegangen ist, weil er Schiss hatte, weil er Horrorbild davor gesehen hat! Fünf Blöcke! Ja! Niko auch! Trink einfach! Ey, du bist so ne Möse, ne? Wo sind die Chajas? Und hier sind die Chajas! Hi, ich bin heute die Co-Moderatorin vom Video. Ich bin Laura... Laura Herde! Mein Name ist... Laura... Laura Herde! Wasser hat man in der Maut! Jetzt macht's... Schnelltträgerin! An einer Stelle würde ich heute nicht mehr kommen! Ich denke, du hältst lieber Schamhaare in der Fresse! Ja, du hast das Gleiche wie ich die Dumme an! Sieht auch knapp aus, ne? Ohne Absitz! Ist er nicht! Wie sieht's hier aus? Oh, hier sieht's richtig gut aus! Nochmal hier! Oh, das wird immer spannender! Oh! Oh! Wir verlieren den von der Ball! Bist du die einzige Vergebene hier? Ja, ich glaub schon! Entschuldig! Ich bin verlos! Was machst du für ne Scheiße? Sind wir auf ner tückischen Hochzeit oder was? Salaam Alaikum! Südich! Sonst ist alles gut? Ein Schlücke trinken! Eieiei! Komm ich auf eurem Level! Naja, kommst du! Naja, kommst du! Ja, wir haben ja einen Ljus und Film! Na, wir haben ja einen Ljus. Na, wir haben ja einen Ljus und Film! Hahahaha! Wir haben ja einen Ljus und Film! Hier ist doch ein Ljus. Keine Ahnung was der sagt. Lieber niemals ein Herkunftsland. Ich auch nicht. Jäger, herkunftsland verlassen. Oder niemals ein Auto fahren. Gegott. Ich kann nur Deutsch. Du meinst, du bist nur 8. Drunk 1 bis 10? Ich glaube schon nur 8. Hab ich dich schon gefragt? 1 bis 10? Ich? Ja. Warum bist du auf dein Geburtstag eingeladen? Doktor, sie sieht nicht letztlich selbst aus. Das ist eine gute Frage. Hast du schon mal mit Hänko geschlafen? Nein. Ich hab schon mit Hänko geschlafen. Ah! Hey, was ist mit der Pickett? Wie kommst du jetzt? Erst mal gucken, ob der da unten in der Regenrinne drin ist. Nein. Mathilde, Abi, wenn du jetzt nicht reingehst, ich schwöre ehrenlos als Fall. Naja, danke. Musik 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 Also der Abend ist überlebt, gleich kommt Familie zu essen. Ey Jungs, danke für den Rucksack. Happy Birthday, lieber Nico. Happy Birthday, du liebst dich. Jetzt ist es gut. Tschüss. Tschüss.